Hey, na, wie geht's dir? Wir haben uns echt lange nicht mehr gesehen. Wie lange ungefähr? Bestimmt, bestimmt ein Jahr nicht mehr. Schaut ihr, was aus meinem Laden geworden ist? Wie gefällt es dir? Gut. Saucool, freut mich. Und weißt du auch, wen ich darstellen soll? Da habe ich ein Gewinnspiel. Schreib es einfach hier auf den Zettel. Oder einfach in die Kommentare rein und unter allen Teilnehmern verlose ich einen 5 Euro Amazon-Gutschein. Na, mach einfach mit, wenn du weißt, wer ich bin. Okay. Aber ich glaube, du bist nicht deswegen hier reingekommen. Okay, du willst dir eine neue Konsole holen? Gar kein Problem. Wir haben ganz neue Sachen hier und super viele Spiele. Ich kann dir was empfehlen. Warst du zufrieden mit deinem letzten Kauf? Ja, okay, mega cool. Pass auf, wir haben heute auch noch verschiedene Angebote und für dich ein ganz besonderes. Und zwar, kennst du schon die neue Nintendo Switch? Nein, kennst du nicht? Du hast nur davon mal gehört. Die würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Schau mal, haben wir aktuell im Angebot. Das sieht so aus. Ich bin ein riesen Fan der Nintendo Switch. Du kannst das hier als Gameboy, als Handheld nutzen, aber du kannst es auch an den Fernseher anschließen. Du hast hier die Switch, das Display, eine Talking Station für den Fernseher. Und dann hast du hier die Joy-Cons, die Controller. Ich habe auch ein Vorführgerät hier. Kann ich dir gleich zeigen. Das Ganze hier plus ein Spiel deiner Wahl für die Aktuell. 333 Euro kosten. Ist ein faires Angebot. Hast du schon mal Nintendo Switch gespielt? Bei einem Freund vielleicht? Nein, noch gar nicht. Okay, pass auf, dann darfst du das gleich mal. Ich zeig dir mal den Vorführer. Das hier ist das Vorführgerät. In diesem Modus kannst du das Ganze hier in der Hand zocken, wie ein Gameboy. Du hast hier hinten dein L und R, beziehungsweise ZL und dein ZR. Auf der Vorderseite hast du eben deine X, Y, A und B Knöpfe mit einem Joystick. Und hier unten hast du den Home-Button. Oh, der ist auch schon angegangen. Und hier hast du das gleiche nochmal als Pfeiltasten. Das Schöne daran ist, du kannst das Ganze auch unterwegs mit deinen Freunden spielen. Hier hinten hast du eine Klappe, welche du hochklappen kannst. Und dann kannst du die Joy-Cons lösen. Und dann könnt ihr gemeinsam beispielsweise Mario Kart spielen. Hier unten. Kannst du noch eine Micro-SD-Karte hineinstecken. Auf der Oberseite findest du den Anschalter, die Lautstärkenregelung, die Lüftung und hier kommt dann das Spiel rein. Wie das aussieht, wenn die Controller weg sind. Ich zeig's dir. Hier hinten hast du einen Knopf, da drückst du einfach drauf. Und dann ziehst du hier die Controller ab. Und dann hast du hier nur noch das reine Display, der Nintendo Switch. So schauen dann die Controller aus. Und damit kannst du dann entweder alleine spielen oder zusammen. Dazu nimmst du dann eben hier die Controller quer. Hier oben hast du dann dein L und R. Und dann wandelt sich hier das Steuerkreuz nach links, rechts, oben, unten auf einmal zu einem A, B, Y und X. Das ist total cool gemacht. Natürlich ist die Controllergröße erstmal ein bisschen ungewohnt. Aber es funktioniert wirklich super. In diesem ganzen Pack ist auch diese Dockingstation mit dabei. Für den Fernseher. Du schließt das Ganze einfach mit dem HDMI-Kabel an. Steht dann auch sehr schön hier. So sieht die Dockingstation aus. Die Switch und die Controller werden hier gleichzeitig geladen, wenn sie angedockt ist. Und hier hinten hast du dann verschiedene Adapter. Das Ladekabel, das Netzteil, ein USB-Stick und das HDMI-Kabel wird hier angeschlossen. Und dann taugst du das hier rein und es wird auf dein Fernseher übertragen. Finde ich eine mega geile Sache. Und ich weiß, dir wird es auch gefallen. Was für Spiele es da gibt. Richtig coole. Du siehst, ich bin ein Fan von der Reihe von Nintendo. Und hast du schon mal Pokémon gespielt? Ja. Oh, eine der ersten Editionen noch. Feier ich komplett. Und hast du auch im Sommer Pokémon Go gespielt auf dem Handy. Auch noch. Dann habe ich ein mega geiles Pokémon-Spiel für dich. Und zwar Pokémon Let's Go. Evoli oder Pikachu gibt es die zwei Versionen. Und ich empfehle dir auch hier dieses Pack. Ganz, ganz, ganz dringend. Hier ist nämlich das Spiel mit dabei. Und auch hier siehst du es. Der Pokéball Plus. Der Pokéball Plus ist ein Controller, mit dem kannst du das ganze Spiel steuern. Und gleichzeitig kannst du damit die Pokémon fangen. Es ist mal was ganz, ganz Neues. Und es macht unendlich viel Spaß mit diesem Pokéball auch die Pokémon zu fangen. Denn du musst ihn sozusagen werfen. Er ist festgemacht in deiner Hand. Und dann fängst du das Pokémon. Das coole an der Sache ist, der Pokéball, wenn man ein Pokémon fängt, vibriert. Dann macht sie immer so. Und das, also der Pokéball, der Controller, der macht da auch mit. Und zeigt dann auch, wenn du es gefangen hast. Außerdem kommen dann die Pokémon Sounds, die Schreie des Pokémons, wenn du es gefangen hast. Haben wir aktuell für 109 Euro hier am Start für dich. Pass auf. Wachen wir 79,99 draus, okay? Im Sonderpreis. Und ich weiß. Ich glaube, das wird dir mega gefallen. Was meinst du? Ja? Okay. Ist mega cool. Und eine kleine Überraschung übrigens gibt es auch. Und zwar kriegst du hier Mew gratis als Geheimgeschenk dazu. Ich kann dir das Spiel nur empfehlen. Du kannst es online spielen und auch mit einem Pokémon Go Account vom Handy verbinden. Richtig, 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 richtig nice. Ganz neue Sachen. Probier es auf jeden Fall aus. Ich lege es jetzt schon mal bereit zu deiner Konsole. Aber wir haben noch hier viel, viel mehr Spiele. Schau mal. Hier habe ich auch sogar den Pokémon Ball, den Controller habe ich gerade hier noch gefunden. Du hast hier oben einen Knopf. Das ist sozusagen dein B-Knopf. Und du siehst es hier schon leuchten. Genau. Und damit kannst du dann alles lenken. Und da hast du auch die ganz leichte Vibration. Genau. Und das ist dann auch der Controller. Den machst du hier an deinem Finger fest. Und dann kannst du ihn sozusagen so werfen. Ist ein sehr, sehr geiles Tool. Macht unendlich viel Spaß und ist auf jeden Fall mit dabei. Dann habe ich noch verschiedene Spiele zur Auswahl. Das hier ist das ganz neue Yoshi-Spiel. Und zwar Yoshi Crafted World. Aktuell ist es auf Platz 1 der beliebtesten Spiele. Ich musste es mir sogar sofort besorgen für mich privat. Und hier im Laden natürlich auch. Denn Yoshi ist einfach ein super, super, super cooler Charakter. Ich habe bereits schon die Demo gespielt. Und es ist sehr, sehr gut gemacht. Man darf seinen eigenen Yoshi aussuchen. Farbtechnisch. Und es macht super viel Laune. Und vor allem kann ich das Spiel zu zweit empfehlen. Da macht es gleich doppelt so viel Spaß. Und es ist einfach witzig. Weil man zum Beispiel aufeinander springen kann. Und die meisten Angriffe doppelt so stark sind dadurch. Überlegst dir. Ich lege es mal auf Seite. Eine der Klassiker. Und das Spiel habe ich hier noch original verpackt. Mario Kart Deluxe 8. Eine der Klassiker von den Mario-Spielen. Ein schönes Party-Spiel für unterwegs auch. Und du kannst auch mit der Online-Funktion gegen andere Leute fahren. Es gibt ein paar neue Fahrer. Die Strecken sind wie gewohnt. Eine Neuigkeit gibt es hier noch. Und zwar kannst du in diesem Mario Kart zwei Gegenstände gleichzeitig sammeln. Was auch neu ist und das Ganze noch mal ein bisschen spannender macht. Schau mal, ich zeig dir mal die Rückseite. Also da sieht man auch die neuen Charaktere. Das finde ich ist definitiv ein Muss. So, dann haben wir noch den anderen, den guten Pilskopf. Toad. Toads. Treasure. Tracker. Das Spiel ist ein Recap. Beziehungsweise ein Remake des Nintendo Wii U Spiels. Es gibt hier ein paar neue Level zu dem. Aber ich meine, du hattest mir gesagt gehabt. Du hast das Spiel schon bei der Wii U gehabt. Da würde ich es dir nicht unbedingt empfehlen, weil es an sich das gleiche ist. Wenn du es noch nicht gespielt hast, bitte tue es. Macht Neidenspaß. Ist ein bisschen ein Rätselspiel. Ja, macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß. Hier auch wieder zu zweit. Na ganz klar. Natürlich habe ich hier auch eine Legende in dem Shop. Und das braucht man. Und zwar Zelda. Das Spiel war bei mir. Also mein ganzes Lager innerhalb von sechs Stunden ausverkauft beim Release. Ja, ich liebe Zelda. Ein unglaublich schönes Spiel. Und wenn du eine Open World magst, mit einer schönen Grafik, ein bisschen Rollenspiel mäßig, kann ich dir dieses Spiel nur empfehlen. Mega, mega toll. Dann für dich und deine Freunde haben definitiv Super Mario Party für die Switch. ist nochmal was ganz anderes wie früher. Du kannst es online spielen, aber auch einfach mit deinen Freunden. Macht Neidenspaß. Ist ein schönes Partyspiel, aber auch unterwegs. Nimmst du einfach die Switch mit, die Controller und schon könnt ihr überall Mario Party spielen. Hab ich dir aktuell für 30 Euro im Angebot, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, also da kannst du halt einfach echt nichts verkehrt machen damit. Natürlich hier von Nintendo. Der Klassiker Super Mario Odyssey. Auch wieder was komplett Neues. Aber ist auch ein schönes Spiel zu zweit. Macht echt viel Laune. Und du kannst aus diesem Spiel so vieles herausholen. Das macht einfach ultimativ viel Spaß. Das heißt, wenn du das Spiel durchgespielt hast, kannst du dir verschiedene Challenges setzen. Das heißt, das ganze Spiel durchspielen ohne einmal zu springen. Oder ja, keine Münzen zu sammeln. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr anfängerfreundlich. Von daher finde ich das echt nice. Außerdem gibt es hier wirklich verschiedene Level in der Wüste. Im Grünen, im Schnee auch sehr, sehr, sehr cool. Vor allem wenn du schon die N64 Marios geliebt hast, ist das auch ein Muss. Und weiter habe ich hier das legendäre Super Smash Bros. Ultimate. Das größte Super Smash aller Zeiten. Es sind alle mit dabei, die, glaube ich, jemals in dem Super Smash mit dabei waren. Und ja, das Spiel ist einfach eine Legende. Auch Online-Modus hier wieder mit dabei. Er sind alle mit dabei. Und hier hinten steht es auch nochmal. Alle sind dabei. Ja, das würde ich dir auch empfehlen. Und zwischen den ganzen Spielen kannst du dir jetzt was aussuchen. Heute habe ich bei den Spielen nochmal zusätzlich die Aktion. Kaufe drei und zahle nur zwei. So wie du schaust, bist du ziemlich überzeugt von dem Ganzen. Ja, du weißt doch. Du kannst meiner Empfehlung vertrauen. Okay. Du nimmst auf jeden Fall die Switch, das Spiel und nochmal die drei Spiele. Sehr cool. Pass auf, okay. Ich hole ganz kurz was hinten aus dem Lager. Das wird dich umbauen. Okay, pass auf. Ich bin gleich hier da. Schau mal. Das sind diese Amiibo Figuren. Und hier habe ich ein ganz spezielles. Und zwar Falco. Du kannst die dann auspacken, wenn du Super Smash spielst und die dann auf deinen Controller halten bzw. legen. Man zieht es jetzt hier einfach auf den Stick wie hier. Und dann kriegst du verschiedene Skins und es werden verschiedene Sachen freigeschaltet im Spiel. Ich schenke sie dir heute mit dazu, okay? Doch, komm, nimm sie einfach mit. Und das andere schenke ich dir auch noch mit dazu. Ich habe zwei davon noch im Lager gehabt. Die waren mal im Ausverkauf. Das ist Olimar. Kein Problem. Du bist ja gern gesehen ich als Kunde. Von daher, wir kennen uns schon so lange. Den guten hältst du dann auch einfach hin. Und dann wird was freigeschaltet. Gut. Ich mache dir das jetzt soweit fertig. Und schau dich ruhig nochmal um. Ich spiele nochmal gern mit der Konsole. Und das dauert einen Moment. Dann peiche ich das zusammen. Okay, alles klar. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder an der Kasse. Tschau, tschau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Kasse. Die Kasse. Vielen Dank.